Das war eine perfekte Vorlage von mir, möchte ich nur mal sagen. Ja, und die war die letzte Stillefall. Ähm... Das fehlt hier unten. Okay. Ja, ungefähr das, weil er einfach macht da seine Spuren ziehen. Ja. 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 Ja, alles gut. Klar. Mit den... Mit den... Mit den... Das ist natürlich... Wenn man die Faust hat, blöd, wenn man nur so einen leichten Schuss macht. Ja. 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 Yes! Ja doch! Das wär doch 2 Plane! Hm? Wie ist das mit dem Pümpel der Zack? Oh krass ey, schon 5 vor 4! Aber immer dort den Kugelschleife, das wär jetzt so offen. Nein, 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 nein. So hab ich nicht. Gut! Okay! Gottordu. Fertig, gut! Warte! Ach, okay! Die Borde ause ich. Ach, okay! Oh leadership! Ach, okay, gut! Da kam ein Guti geflogen. Die kann ich auch vor dem Turm so schießen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, ich bin das Tor. Ja, komm ey, willst du mich eigentlich überraschen? ich glaube mein internet war ganz kurz weg die neben router neustart um knapp vier uhr box mich doch nicht mit ins tor du warst auf einmal ruhig und ein typ von uns hat in unser eigenes tor geschossen ich denke mal eine fehlerkorrektur und dann stand bei rocket wie pakete vermisst beziehungs packet loss naja bei mir ist er halt mit den stacheln ins eigene tor gerollt und dann war plötzlich dabei ganz woanders oh no das war close oh shit ich habe gar nicht gesehen dass ich den aufschlag machen musste scheiße den controller auf dem schoß gehabt zigarette angezündet auf einmal sich okay ich muss erfahren ja aber es war eine sekunde ich hatte den noch über mich rüber gelobt ja ja Scheiße. Oh no. Ja. Okay, die Stacheln sind verbördert. Oh, just kidding. Ich will mal gucken, wer da wirklich geschossen hat. Ich wusste doch, das war der Typ vor mir. Er hatte die Faust. Nee, ich hab dem Turbo gegeben und der hat den reingeschossen. Ich hab dem kurz vorher Turbo draufgepillert. Ja, aber das wird einer. Vielleicht haben sie auch beide berührt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Nee, das ist einer. Das wird die Hälfte. Scheiße. Äh. Die sind auch maximal auf Zerstörung aus, die Leute. Ja gut, das ist Rumble. Aber doch, oder selten so aggressiv. Ja gut, das ist Rumble. Ich hab dem doch nicht nur geboten von. Das war eine perfekte Vorlage von mir, möchte ich nur mal sagen. Ja, und ich war der letzte Schnellfall. Ey, was mach ich denn da? Ja, komm, sag, ich hätt ihn halten sollen. Ich weiß, dass ich ihn hier hätte halten sollen. Solange bis der bei Probeer war, war ich mir sicher, ich steh richtig. Was mach ich denn, weil ich mich nicht hier hab. Ich bin mir dabei, wenn es die Hälfte ging. Ich bin mir dabei, wenn ich nicht hierhin habe. Ich bin mir dabei, wenn ich hierhin noch nicht alle treffe, Eure der Borddunner hat. Nein, ich bin mir dabei. Das war zerstört. Ich bin mir dabei. Ich bin mir dabei. Wie war ich sie? Ich bin mir dabei. Ich bin, bin mir dabei. Ich bin mir dabei. Ähm, was macht's hier da? Er hat rückwärts. 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 Er hat den aber nicht schlecht geschossen, muss ich sagen. Er hat rückwärts. 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 Ach, Mann. Er hat rückwärts. 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 Er ist immer noch da. Schon wieder so ein AFK-Handy. Geil. Scheiße. Oh, er ist doch dein Leben. Ach komm, die Uhrzeit hast du komische Leute dabei. Und zwar sehr oft. Oh, das warst du. Ja, es wird spät. Ja, es wird spät. Alles gut. Alles gut. Es wird spät. Alles gut. Ja. Alles gut. G時間 snub. Sädet. Cao. strains. Lo records. Oh. Si. Hurriut. Entain. Schraன. Er hat. Ah, F. Scheiße. Scheiße, Scheiße. 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 No. Scheiße. 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 Jaaaa. Achtung! ich bin ja der fährt wieder der pferd wieder Outsch! Das war sehr knapp. Aber auch präzis und seien von Präzis. Ah sehr geil, machen wir noch eine Runde mehr. Nein. 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 alle rauf auf den ball Zwei mal geswappt. Zwei mal hintereinander. Ah, schau. Ja, schau. Ja, schau. Was hast du für eine Grafikkarte? Eine GTX 1080, also schon älter. Aber ich spiele Rocket League zumindest in 4K, also geht. Ja, jetzt war besser als die 1660. Ja, die ist, ähm, die ist minimal schneller als die 3050. Ja, aber ich hab echt das harte Problem, gerade bei Rocket League bei der Flimbewegung zu sehen, dass das Andouren total verpixelt wird. Echt? Meine Cam halt sollte ich fliegen. Hab ich dann die gehabt? Ja, klar, ich hab so viele Einstellungen schon probiert. Wenn wir sie das und sie das hat ja auch schon klar, dass wir ein Einstellungen haben. Mhm. Alles durchgehen, das sieht ganz eigenartig. Ich wohne ja so an sich relativ schnell zäh ab. Und ich hab halt nur 1660. Ich hab keine Ahnung, woran das liegen könnte. Wenn ich davon mal ein Bild sehe, oder wenn es mir so richtig aufhält, kann ich vielleicht... Ach, scheiße. Kann ich vielleicht raten, aber... Es besteht halt keine Ahnung. Ja, eigentlich denkt man ja, okay, das sind die Bins vielleicht. Aber nee, das liegt doch nicht an meinem Upload. Ich hab jetzt ja mehr abgeholt, also... Ist es bei dir beim Spielen oder nur, wenn man es im Stream sieht? Nein. Wenn es ein Standbild ist, dann sieht man davon nichts. Es ist, wenn sich wieder Bilder... Auch beim Spielen jetzt? Ja, ja. Nee, 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 nee. Nur im Stream. Ähm... Selber nicht. Können ja nur die Encoder-Einstellungen sein. Ja, klar. Aber warst du da genau? Ähm... Du musst mir mal zeigen, was du eingestellt hast. Dann könnte ich dir sagen, wo was ich vielleicht liegen könnte. Ich glaube, ich hab schon irgendwie alles tun. Ich hab sogar schon gemacht, was ich über 10 Minuten bringe. Es könnten höchstens so diese Psycho-Visual-Tuning oder sowas sein, wenn du es aktiviert hast. Oder die Keyframes sind zu hoch oder zu niedrig. Das wäre natürlich... Aber das hatten wir schon mal, dass wir das wirklich nicht haben. Ähm... Ähm... Twitch akzeptiert bestimmte Sachen nicht und da kommt damit nicht so gut klar. Ja. Ja, zum Beispiel nicht mehr als 6000 Bit. Genau. Du könntest halt theoretisch Höhe einstellen, aber dann spackt Twitch ein bisschen rum. Ja. Und so sieht's dann auch mit den Keyframes aus. Ich hab's schon probiert auf 720p. Das nehmen wir eigentlich... Die Großteil der Streamer nehmen ja gar nicht Full-HD. Ja, das liegt aber auch nur daran, weil... Aber das macht keinen Unterschied. Das mit den 720p machen viele, weil die 6 Mbit für Full-HD eigentlich zu wenig sind. Jedenfalls mit 60 Bildern. Also gut wären bei Full-HD mit 60 Bildern eigentlich so 10 bis 14 Mbit. Das wär... Das wär ordentlich. Aber mit den 6 Mbit... Nee. Boah. Das konntiert halt echt an, weil... Klar, beim Spielen selber fällt's gut auf. Bei OBS sieht das ja auch alles normal aus. Ja, ja, bei OBS siehst du ja nicht das stimmt. Aber wenn ich meine, dann das Video und die hatten unbedingt irgendwo, das sind zu scheiße. Du musst mir deine... Du musst mir deine OBS-Einstellung mal schicken. Vielleicht kann ich ja mal versuchen, noch da was zu erraten. Ja, nein. Weil mit Video-Encoding und sowas kenn ich mich ein bisschen aus. Uppala. Scheiße. Weil man erkennt mich dann null mehr in vielen zu überziehen. Mhm. Sie kennen quasi überflüssig. Ich muss sogar gucken. Vielleicht hab ich bestimmt noch einen VOD, wo ich Rocket League hab. Kannst du dir das mal an mir ansetzen? Ja, und die OBS-Einstellung halt von dem Encoding. Was du eingestellt hast. Also, bisschen besser man es umkriegt, aber auch noch bei weitem nicht optimal. Durch die V-Frames. Ja, ja, genau. Da hab ich auch geahnt, oder geschätzt, dass da irgendwie was mit den V-Frames. Ja, da ist es ein bisschen besser durchgegangen. Ob es zwei oder vier sein müssen. Ja, ich vermute halt fast, ob es da ist. Damit es da weg ist, dass ich keine Füße. Mhm. Glaub ich nicht. Alter, wir sind so viele am labern. Die Runde ist fast vorbei und 1-4, ne? Das ist mir null aufgefallen. Danke. Genau, fahr vorbei und box mich weg. Wenn ich nicht. Es ist mir latency ist, ==